Die Transparenz bei der Produktherkunft garantieren und gleichzeitig die Rolle der Regionalität und der Berglandwirtschaft stärken. Dies sind laut Erstunterzeichner Manfred Wallatzer von der SVP die Ziele des Landesgesetzes zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in Gemeinschaftsverpflegung, welches in der April-Sitzung des Landtags mit 22 Ja, 3 Nein und 4 Enthaltungen angenommen wurde. Die Mitunterzeichnerin Brigitte Vopper von den Grünen hätte sich zwar eine genauere Angabe als nur EU oder Nicht-EU gewünscht, welche für die Einhaltung der Bestimmungen notwendig ist, sieht im Gesetz aber dennoch einen ersten Schritt hin zu mehr Bewusstsein, wenn auch genauere Herkunftsangaben nur auf freiwilliger Basis gemacht werden können. Für einen Teil der Opposition dagegen hilft das Gesetz den Bauern nicht und führt nur nutzlose Strafen ein. Angenommen wurden auch zwei Tagesordnungen, eine der freiheitlichen, die Regale mit ausschließlich Südtiroler Produkten in den Supermärkten vorsieht und eine von Fratelli d'Italia zur Unterstützung von Betrieben, die Produkte mit kurzer Lieferkette verwenden. Einstimmig angenommen wurde vom Plenum des Landtages ein weiterer von der SVP eingebrachter Gesetzentwurf. Damit bleibt die Gemeinde Immobiliensteuer GIS für Wohnungen von Senioren sowie für Menschen mit Behinderung, welche diese Wohnung aus Gründen der Pflege verlassen müssen, mit der eine Hauptwohnung gleichgestellt. Von den Anträgen der Opposition wurden zwei vom Team K zur Verkürzung der Wartezeiten für die Bearbeitung der Gesuche, für Beiträge für die Erstwohnung und zur Förderung der Energiegemeinschaften angenommen. Ebenfalls angenommen wurden die Anträge von Enzian und Fratelli d'Italia, beide von der SVP mit unterzeichnet, die Bevölkerung dahin zu sensibilisieren, mit dem kostbaren Gutwasserbedacht umzugehen und dem Personal der Ordnungs- und Streitkräfte Wohnungen zum begünstigten Mietzins zur Verfügung zu stellen und die kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu ermöglichen. Grünes Licht gab es zudem für zwei Anträge der SVP, einer für mehr Kontrollen und weniger Strafen im Bereich Arbeitssicherheit, ein zweiter zur Wiedereinführung des Josefietages als Feiertag. Während der April-Sitzung hat außerdem die Volksanwaltschaft ihren Tätigkeitsbericht 2022 vorgestellt und dabei darauf hingewiesen, dass Beratungen und Beschwerdefälle zugenommen haben. Diese bezogen sich hauptsächlich auf den Personalnotstand in der Sanität, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die hohen Strompreise und die Inflation. In ihren Stellungennamen zum Bericht hat die Opposition ihr Unbehagen darüber ausgedrückt, dass Volksanwältin Gabriele Morandel beschlossen hat, bei den Landtagswahlen zu kandidieren. Diese Kandidatur wurde von ihr zwei Tage später gleichzeitig mit ihrem Rücktritt offiziell bekannt gegeben. Die Plenarsitzung hat auch die Abschlussrechnung des Südtiroler Landtags für das Finanzjahr 2022 genehmigt, die etwa 19 Millionen Euro umfasst. Abgelehnt wurde dagegen ein Antrag zur Änderung des Autonomiestatuts, eingebracht vom Landtag der autonomen Provinz Trient, und Andrea Sacchetti wurde zum neuen Richter beim Regionalen Verwaltungsgericht Autonome Sektion Bozen ernannt.